Hallo, passend zu dem warmen Sommerwetter gibt es heute einfach als kleinen Snack Ciabatta Brot mit Tomaten, das heißt Bruschetta oder Bruschetta mit Tomaten, typisch wie beim Italiener. Ciabatta Brot wird jetzt in Scheiben geschnitten, mit Öl gepinselt oder beträufelt und dann in den Backofen gegeben für einige Minuten, bis das es leicht kross wird. Die andere Variante, die ich eigentlich meist nutze, ich lege es einfach in die Pfanne, geht schneller. Als nächsten Schritt werden jetzt einfach mal die Tomaten und die Kräuter klein geschnitten. Für die Tomaten bei die Bruschetta fertig zu machen, brauchen wir Tomaten, ich habe jetzt ungefähr 200 Gramm, das ist nicht viel, ich habe eine Knoblauchzehe, frische Kräuter, Schnittlauch, Petersilie, vor allem Basilikum harmoniert immer super mit Tomaten, Pfeffer und Salz, etwas Olivenöl, etwas Balsamico, eine kleine Prise Zucker, das war's. Die frischen Kräuter, sowie die Tomaten und den Kloblauch habe ich jetzt auf ganz, ganz kleine Stückchen geschnitten. Ich gebe jetzt eine kleine Prise Zucker noch dazu. So, Pfeffer und Salz. Ein Teelöffel Balsamico und drei Teelöffelchen Öl. Obwohl ich denke, so viel werde ich noch nicht mal brauchen. Ganze soll ja nur ein bisschen angereichert sein, wenn man das Ganze untereinander. Fertig ist der leichte Snack. Entweder serviere ich das Brot mit dem Tomatenbelag separat, oder aber man belegt die Brote direkt. Ein bisschen mit frischem Basilikum garniert, sieht nicht nur lecker aus, sondern schmeckt auch gut. Viel Spaß beim Nachmachen, geht wirklich ganz, ganz schnell. Liebe Grüße, bis bald. Tschüss.